Hey yo, let's go! Mein Name ist Thierry T. Mein Name ist T-Way. Von der Battle-League. BRL, nein, Webster gegen Bruce. Ich weiß nicht wie lange Webster schon dabei ist. Immer am Start, Hayston und Daveton gegen Bruce. Nein, zwei Matcher, zweimal bewiesen, aber auch nicht bewiesen. Das kann man hier bringen. Das ist ein volles Match. Ich denke, die zwei haben immer schon gewiesen, was sie können und das geht wirklich umfurcht. Es geht einfach nur mit einem Tagesform, wie kann wirklich den Tag wissen, was sie wirklich können. Und dann werden siefrieden euch auf den Match. 21. Das ist ein Grunde. Warum hält den? Das geht blank von Hip-Hop. Schwarz nicht von Afrika, Bambaata, mangt den Opfer für die neue Fanta. Schwarz nicht von OST, Fritte Peach, äh, weh ein Zitronen da piech. Schwarz, äh, sind die Fritte nicht für Good Rapper, so ne schlechter Nass, dass jetzt immer Kopfhörern da bieten. doschlau! Die G Samstag, den 21. Oktober, am Rockass, animiert von DG DirtyE, 19-Hour-Case, 20-Hour-Show, ich hoffe, dass ihr euch gesehen habt, als Battle League.